So, Servus Leute und Willkommen zurück bei einem neuen Video... Video, genau! Auf WiiWO Gaming! Ähm, heute spielen wir... ...ehm, Planerzeit, oder irgendwie so heiß aus. Auf in da! Das ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel jetzt spiele. Ich habe mir Gefahr, dass der Sound ein bisschen zu laut ist, das wird jetzt gleich später drin. Oder vielleicht ist es nur in der Musik gerade. Und auf jeden Fall... ...wenn wir jetzt mal schauen, wie dieses Spiel so ist. Ich bin schon gespannt. Ist, ähm, auf Rebear. Also gibt's bei Steam. Gratis Spiel. Das Downloaden dauert halt mit einer schlechten Leitung wahrscheinlich etwas länger, aber... In ein paar Sekunden wird dort im Orbit mitten in eine Kriegszone abgebaut. Die Schlaf dort unten ist nicht schön, aber die Mühe wert. Das neue Konsummerat kämpft für die... Jo, spring das jetzt einfach mal. Wo sie wieder WRSD finden. Ne, die ist immer so dunkel im Zimmer in der Nacht. Oh, ich trink schon. Einen Schluck. Okay. Was? Ich habe ja gar nichts gedrückt. Hallo. Ja, die Empfindlichkeit ist vielleicht ein bisschen... zu hoch. Eventuell. Was kann man da machen? Kann man sich da hinstellen? Kein Plan. Ähm... Grafik ist eigentlich recht geil dafür, dass das Spiel gratis ist. Man kann es aber schön flüssig spielen. Mein Computer hat es gerade. Äh... Da habe ich irgendwo es gesehen. Da kann man irgendwo es kaufen. Ah, Sanitäter. Okay. Ingenieur. Ich will jetzt einmal Sanitäter sein. Jetzt ausrüsten. Perfekt. Ich bin schon im Battlefield Sanitäter. Also... Warte, was gibt es denn da sonst noch? Ingenieur. Maximale Einheit. WTF. Das kann man ganz normal nehmen, oder was? Achso, okay. Das kostet irgendetwas. Sniper will jetzt nicht. Ähm... Ghost Gewehr. Ja, ich nehme... Bleib jetzt das. Der Typ da. Kann man da sich irgendwas holen? Ich verstehe das Spiel jetzt gerade noch mit uns. Ah, okay. Lightning. Vanguard. Sunderer. Flash. Ich hole mir jetzt nochmal einen Flash. Geht das? Jetzt spawnen. Ah, okay. Wie lenkt man ihn? Okay, ganz normal. Die Map schaut eigentlich auch... WTF. Recht nice aus. Hui. Ich habe jetzt noch keinen Plan, was ich machen muss. Ich fahr jetzt einfach mal... Oh, lieber die fette Brücke da. Geil. Ist das ein Gegner? Geil. Ist das ein Gegner? Ich hoffe, das war ein Gegner. Wenn nicht, war das jetzt irgendwie fail. Warte, mag doch wieder einsteigen. Du hast Fenris getötet. Du hast Fenris getötet. Da steht ja nichts drüber. Ich habe ja keinen Plan. Ich fahr jetzt einfach mal da drüber. Mal schauen. Ist das Teil so langsam oder hat das irgendwie einen Boost? Da oben ist er auf dem Chat irgendwo. Oder ein gegnerisches Flugzeug zumindest. Die Grafik ist nice. Also für ein Spiel, was wirklich nichts kostet, ist das wirklich nice. Muss ich schon sagen. Da oben ist eins. Was? Bin ich da jetzt im Gegnergebiet? Ich steig jetzt einfach mal aus. Äh, was bist du da? What? Warum kann ich mein Gewehr nicht halten? Anständig. Palisade? Ah. Achso, und das... Ah, okay. Der Jeep bleibt da. Also dieser Ding da halt. Dieses Ding. Bleibt da fünf Minuten. Wenn ich nichts damit tue. Ich fahr wieder zurück. Hui. Dann kann man schon einen schönen Speed drauf kriegen, wenn man abwärts fährt zumindest. Kaboom. Boah, die Brücke ist mir ein bisschen zu lang. Endshaft. Es hat fünf Jahre, bis du da mal drüben bist. Und der 45 Grad Radius zum Schauen ist auch ein bisschen mitrequenty. Was soll man machen? Ich muss mal kurz das Kabel nirgst ja wieder von meinem Headset, alter. Das ist nervig. Da hin muss sie, glaube ich. Kann das? Ah, das... Oh, das sind Gegner. Lightning gesichtet. Okay. Ah. Ich brauche einen Sniper, verdammt. Ich werde jetzt runter snipen. Ich werde jetzt gleich... ...so richtig geil runter snipen. Genau. Dazu muss ich jetzt aber wieder ganz hoch. Hallo. Jetzt ausrüsten. Perfekt. Und wieder, wieder mein... ... Jeep. Und vor der Vollgas runter. Okay. Nooom. Wow. Wow. Ich werde jetzt so runter snipen. Ich hoffe, der Sniper hat irgendwie... ...Range. Wow. Perfekt. Ach so. Fail. Toll weg, sing! Weg dir nicht! Jetzt, jetzt mache ich was waghalsiges. Was wirklich waghalsiges. Wow! Wow! Das hat funktioniert. Das ist schon einmal geil. Das ist schon einmal geil. LOL. Ich verstehe die Logik da jetzt und ganz dahinter. Ich gehe da jetzt rein und töte alle. BÄM! Ich kann doch nicht rein! Generator zerstört. Nachladen. Ich werde jetzt wieder snipen. Generator zerstört. Ich glaube da ist Teamkill on. Standardmäßig. Das sind meine Typen. Juhu! Gibt es sowas wie Granaten? Generator repariert. Oh! Da oben ist etwas. Wenn er und mich sieht, dann bin ich tot. Ich hätte gerne wissen, ob da jetzt eigentlich generell gute Spiele online sind. Generator repariert. Oh, da muss ich weg, Alter. Das geht da ja voll ab. Eine brauche. Das ist schon ja so. Eine wovere Zeit. Nicht nur so. Ich habe mal das zu machen. Ich habe glare noch mal. Da habe ich vorgenommen. Ich habe es. Ich habe mir zu machen. Der Daumen hochschraubt. Ich habe dir das. Ich habe eracht. Also haben wir da ein Repetiergewehr, ok. Also ich finde diesen Ladebalken genial. Aua! Fuck! Mein Scheiß-Gamer! Ich frage, was war das jetzt überhaupt? Der Typ sitzt da hinten. Was ist denn das? Ich verstehe das Spiel irgendwie noch nicht wirklich. Sanitäter? Panzer? Wieso auch kein Panzer? What? Team Platoon? Ich werde jetzt da einschränken. Wie immer man dort spawnt. Ich schaff das schon irgendwie. Sanitäter? Wo ist da? Leer. Entschuldigung. Ja. Da wird er jetzt irgendwie spawnen oder so. Oder muss ich da jetzt drin bleiben? Oh. Der Sladebalken stirbt. Das ist komisch. Oder ist das nur bei mir so, weil ich irgendwie zu dumm bin, das zu... Ähm, ja, einzustellen. Alter, wenn du auf mich schießt... Dann sage ich dir, dass du auch nicht mal lange lebst. 360! Yeah! So ein Heilungsding. Hören wir wieder an so'n... Wer ist das Teil? Äh, Flash. Ich will nie Geld. Aber ich krieg das trotzdem. Geil, oder? Bäm! Wow! Woh! Woh!